So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer der hoffentlich letzten Folgen, äh, Toonstruck hier im One-Shot-Ending-Let's-Play. So, wir müssen mal gucken, wie wir hier... Hey, step away from the mat, or I'll be sorry you did. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Es wird alles gut. Was haben wir noch in unserem... Wir haben nichts mehr in unserem Beutel. Na toll. Na toll, Natilo, Natala, Natolo. Snout heißt er. Okay, hallo, Schnotzi. Ich rede mal mit ihm. Beim letzten Mal haben wir ja unglaublich... Warum sage ich eigentlich so oft unglaublich? Beim letzten Mal haben wir so unglaublich auf lange gemacht. Über eine Stunde Let's Play. Uh, das ist immer so ein bisschen schwierig. So eine kritische Grenze bei 40 Minuten Aufmerksamkeit. Hat man dann auch gemerkt. Also, vielleicht splittet er einfach die letzte Folge selber in zwei Hälften, weil ich hab da keine Lust, das noch so zu cutten. Ähm, macht's einfach selber und guckt euch ja so peu a peu an. Dazu gibt's ja, also der Player, der YouTube-Player, der ermöglicht das ja. So, wir versuchen mal bei ihm das Eis zu brechen. I think there's been some kind of miss... oh ja Sie werden es nicht lieben, denn wir ogres haben unsere Weg, haha! Aha! Sag mal, wenn ich die bathroom benutze? Die bathroom? Oh, sicher! Ich werde es einfach unlocken... Hey! Sie versuchen mich zu schrauben, nicht wahr? Ja, also nicht zu schrauben! Ich werde dich zu schrauben und ich werde... Ich werde... Ich werde etwas großartiges und ich werde... Entschuldigung! Ich werde es schrauben! Und dann... Was ich wieder zu sprechen? Ich zu schrauben? Ja, nicht! Oder... Oder sonst... Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber ich spreche jetzt mal weiter mit Ihnen. So, bist du ein Nefarious-Klauch? Ja! Nefarious hat mich viele, viele Mal auf meinem... Oh... Wie hat er es gesagt? Oh, ja! Mein gross-Incompetenz... Rank-In-B-Silly-T... Und... Und... ... 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 sehr witzig sehr sehr witzig freunde sehr witzig okay hier ist meine zelle dann müssen wir wohl oder übel mal hier hoch gucken und ach gott ja noch sieht er ganz nett aus okay wir können den aber glaube ich lähmen indem wir ihn scheinbar nicht nö das will man auch nicht irgendwas ist auf jeden fall in diesem in diesem schächtelchen ich kann das spiel Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, mal gucken. War es das jetzt? Oh. Und noch mal das Ohr. Sag jetzt... Okay, also das, 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 das. Das ist doch nicht euer Ernst. Ähm... Nein! Oh Mann, ey. Ja, ist klar, ist gut. Nochmal, oder was? Das müssen wir, wir müssen es jetzt nochmal machen. Ja, okay. War mein Fehler. Ja, ich habe irgendwie verkackt gerade. Ja. Und es ist auch immer wieder anders. Oh, nein. Mann, konzentriere dich, Andreas. Das war damals schon so kacke, ey. Nase, rechtes Ohr. Ja, ich habe irgendwie... Ja. 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 So. Oh Gott. Rechtes Ohr. Hm? 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 Nochmal das. Nase. Rechtes. Das. Ringes. Das. Ziehen. Das Auge. Und nochmal das Auge. Das Auge. Und nochmal das Auge. Zweimal das. Nase. Rechtes. Das. 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 Zweimal. Das. Das. Linkes Ohr. Komm schon. Das. Das. Linkes Ohr. Komm schon. Das. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ey komm. Noch was? Auge. 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 Rechts. Du willst. Moment. Okay. Okay. Ah. Lucky Lee. Ich bin froh. Ich bin sehr froh. Dass ich das geschafft habe. Ähm. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal hier reingucken. Äh. Ein Robo Chef. Wie machen wir den denn kalt? Äh. Ganz einfach. Indem wir... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Beide seiner Größe. Und die Rustigkeit. Dieser Mann ist ein ziemlich robuster Roboter. Wir könnten natürlich auch versuchen irgendwie Chloroform auf die... Das funktioniert also nicht. remind sich. Der bloggen lowestгу kann nicht fällt mir... Na. Warte bis er weg ist. Jach. Der hasteltremer�부터 mit Junk... Ja. Kommt schon ey. Wie kriegen wir den denn da, ähm, wie kriegen wir den denn da weg? Das müssen wir nochmal eruieren. Ähm. Okay, der wird einfrieren, wenn wir die Klimaanlage ändern, also Kälter stellen. Äh, dieser ekelhafte Clown. Ha, Pudding ist nur für gute kleine Mädchen! Hallo? Du hast von meinem Gherkin, nicht wahr? Du magst es, oder? Du magst es, nicht wahr? Du magst es, nicht wahr? Aber du kannst es nicht, also Kälter! Schöne, Schöne! Ohohoh! Ahhhh... Spike! Spike, der Clown! Bittet den Katzen, verdammt! Wie ist dein Name? Drew. Drew. Wie schön! Lange Sandwich! Ha, 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 ha! Ähm, danke. Danke... Also, warum bist du hier? Special Raum für Special Gestures! Ha, ha, ha! Hoopla, hoopla, meine Schönheit! Nefarious hat einen Gestures. Gurt, Gestures, wacke! Ha, ha! Balloon! 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! her. Oh, mein Gott, ey. Oh, mein Gott. Gut, wir wissen Bescheid. Hallo. You have quite a unique sense of humor, Spike. How did you get to be so funny? Special treatments. The secrets in the sauce. Treatments. Special rooms. Special treatments. Treatments keep gestures funny, funny, funny. Hoist a chip, what's your swab? Miss Fortune. Nice kitty. Sticks hot wires in the noodle. Don't throw that lever. Egg salad. Spike's ready to play. She frazzles your brain? Vanaphaas' amusement? That's entertainment. Funny, funny, funny. Balloon. Nee, 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 nee. Ich möchte keinen. Happy basketball. Balloon. Balloon. Oh, Gott, ey. Hey, hey. That's a big old tank of helium you got there, Spike. Buddy. Could I borrow a smidgenet? Perhaps? Squirrel attack! You're in league with the squirrels! Get back! Get back, I say! No, 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 no. I'm on your side. I work for the, uh, the resistance. Yes, I hate the squirrels. I'm a double agent. Down with the squirrels! The resistance shall overcome! Mommy, mommy! There's a crazy man talking about squirrels and his sisters. Make him go away! Oh, Alter. Und ich sitze hier gerade in einem, äh, abgedunkelten Raum. Ich mache gleich das Licht an. Das könnt ihr wissen. Das ist eine große Pinn, die du da hast, Spike. Spike! Ja, could I borrow it for a little while? Eyeball-Jelly for supper, Pop! Never mind. You know, Spike, I was, äh, blown away by that Balloon. Kill, kill, kill! What do you mean, doing it again? Balloon! Hm, aber was soll das bringen jetzt? Dass der das nochmal macht? Ja, 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 natürlich, ich verstehe, Herr Asparagas! Okay. Würde ich auch sagen. Es ist jetzt erstmal genug. Alter. Howard and Puff. Es war klar, dass es sich wieder poppt. Ich bin noch nicht mal in der Nähe von dem Ding. What a sweet little dressing table. Okay. Der nimmt sich also davon, wir müssen auch irgendwas damit machen können, Table. Okay, also damit nichts. Hm, 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 hm. Damit auch nichts. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter. So, was ist, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ah, was ist jetzt los? Natürlich, Nefarius sucht jetzt Flux Wildly. Ah, hier sind diese doofen Bücher. Okay. So, und da müssen wir nämlich genau jetzt, müssen wir nochmal zu diesem Vogel zurück. Und uns merken. Ja. Und uns merken, wie das genau war. Haben wir hier etwa einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Genau, und ich bin mir sicher, dass wir irgendwas mit dem Chlorophon machen müssen, damit die einschlafen. Oh, das ist schade. Deswegen nutzen wir auch nicht den Schlüssel. Nighthold. Da waren wir ja gerade drin, ne? Genau. Oh, großartig. Ich glaube, ich werde da nicht hochgehen. Ne, wollen wir auch nicht. So. Das können wir auf keinen Fall machen. Aber, ha, warte mal. Wir können doch. Halt. Wir haben doch hier. Ähm, Tank. Lass uns das Ding mal auf, bitte. Wie jetzt, so. Hä? Ich hab nix von dir. Ah, nee. Warte mal, das war anders. Wir müssen das dann, das dann da anstattdessen hin tun, ne? War das nicht so? Haha, bin mir nicht sicher. Komm, tu's nochmal. Ah. Komm, also es war schon nicht schlecht. Machst du hier noch was, mein Freund? Jetzt, das nehmen. So, und was anderes Rotes. Komm, 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 komm. Was anderes darf Rotes dafür hintun. Ja, ist gut. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So. Ähm. Was haben wir denn hier drinnen, was der sich aufsetzen könnte? Ah. Nochmal. Nochmal die ganze Schose. Der hat ja gar keine Nase da drunter. Ihhh. Nein, du bleibst hier. Du bleibst schön hier. Wir müssen jetzt warten, bis der wieder da seine Nase abnimmt. Und dann würde ich da gerne ein Chloroformtuch hinlegen. Aber ob das klappt, werden wir dann erst sehen. Komm schon. Vergeht einfach unglaublich viel Zeit. Und ich wüsste auch nicht, warum wir... Ach man, was müssen wir denn da reintun? Ah, dann pack ich es ja wieder zurück. Ah, Quatsch. Ah, ich bin so doof. Nimm es nochmal, nimm es nochmal, nimm es nochmal. Nimm es nochmal. Ach Mann. Ja, ja, ist gut. Jetzt weiß ich wieder. Ah. Sorry. Klar, wir haben das ja dann. Warte mal, wir gehen und vielleicht macht das ja gleich, wenn wir reinkommen. Oder wir warten einfach nochmal eine Runde. So kann man auch irgendwie Let's Plays rumkriegen. Ja, kann man sich nebenbei noch mit was anderem beschäftigen hier. Ja, nimm erstmal einen tiefen Zug. Komm schon, bitte. Ich will das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Jetzt. Komm, nimm, 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 nimm. 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 It's the merciful thing to do. Okay. Sleep time, you pathetic, pinwheeling freak. Mr. Nose. Nosey. Haha. Haha. Häh? Gute Nacht, mein Schätzchen. Oh, oh. Nein, doch nicht jetzt. Oh, oh. Oh, ja, machen wir gleich. Oh, das tut mir jetzt leid. Gerade jetzt, ey, kommt der mit Speicherplatz freigeben? Ich raff's nicht, wirklich. Und ich mach ne Bildschirmaufnahme. Weil's anders bei Toonstruck nicht ging. Gerade bei der Szene jetzt. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Der ist grad so ne Trickfilmfigur geworden. Also, ja, 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 ja. Ich bin kein Toonstruck. Eben, du bist es noch nicht. Aufgrund des Speicherplatzproblems, was gerade aufgetreten ist, gerade in der spannendsten Szene, ähm, müssen wir jetzt hier unterbrechen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, äh, und bitte euch, äh, zu entschuldigen, was gerade passiert ist. Und, äh, hoffe, ihr guckt trotzdem beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt, Toonstruck im One-Shot-Andy-Let's-Play. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.